Bis er dem, ja, hat ihn rübergezogen und ist noch, würde er sagen, an der Boxwand da eigentlich geparkt hat, ja, ist er dem, natürlich war, vor den Dinsen gefahren. Und das jetzt soll er sagen, ich so, warum muss ich, wenn ich, ich werde jetzt schon vorne da dritt, stehe da genau an der Wand, also wo ich, meinst du, wenn ich nicht gestartet, ja, und so, bin aber nur schon 80, 100 Meter vor dir, ja, so vor der ersten Startreihe. Ja, du kommst dann angeschissen auf dem ersten Platz und ich komm dann direkt auf der Spur, zieh mit Absicht noch, was ich, 50 Meter rüber und die Startziellinie und die Breite von Italien ist eigentlich schon gut breit. Und ich dann da schon Richtung Boxengasse Einfahrt, da mein Auto parkt, ja. Egal, die, 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 die Fahrt da ist, sag ich mal, die Straße ist da breiter, die ist hier in Japan. Egal, das muss man tun können. Ich glaube, dass ich hier irgendwo abkürzt oder so. Hm, das ist hier drin. Ah, ich fühlge dir drin. Ich hab schon gedacht, da kommt die Vereinfahrt zum Reihenlinken. Oh, sag ich doch, Gang-RG in Sekunde, aber trotzdem, die hab ich bestimmt da, wie nur zwei Zehntel vor dem. Ja, das kann ich, das kann ich glaube in allen neuen Autos besser fahren. Da gehen die ganzen Koffer voll, also den krieg ich nicht von, sonst gehts nicht wirklich. Ja, ich komm drei und morgen hab ich drei miteinander aufgepackt. Der Schwierig ist als Kaufmann, auch gut gesagt. Was, ich hab doch gar nichts, ja, hier schieb mich von hinten und ich krieg hier nur das Schafe. Das ist doch eine Schweinerei. Da muss ich jetzt zeigen, ich hab niemanden angedatscht. Ne, gut, so ist nicht hinter mir. Ach, fahr doch zu. Achtung, Achtung. Ach, Achtung, Achtung, falsch. Ja, hau gut, zack. Ja, hab ich jetzt hier geschoben. Danke, ja, boom. Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. Da sind noch Steve A90 draußen. Leck mich am Arsch. Alter, Alb, was das war. Foh- 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 Fahr noch war- Komm, die- Das ist doch Ralf. Der hat die meisten Kamel-Arsch verursacht. Jetzt fahren wir nochmal an die zwei, komm, die zweite noch offen. Das geht echt schnell, die zwei stehen wieder offen sind. Meine Fress- Meine Fresse! Scheiße, ich hab... Ich hab... Ich hab Safety-Car aus, aber bei 3F5 gibt's doch keinen Safety-Car. Alter, ey. Jetzt auch wieder hinschreiben, ey. Hammer-Rennen oder ja. Wahnsinns-Rennen oder sonst was. Oder Mastercam-Ballage-Rennen. 1, 2, 3... 4 Stück sind raus und 3 oder 4 gehen an die Box. Ja, ich hab die Kollegen sonst wieder in mich reingekracht. Dann bin ich rasend gekommen, ich hab ihn auch gewickelt. Dann bin ich rausgekommen und einer ist in mich reingeklatscht. Oder... Ach so, äh, du fährst noch. Irgendwann andere, weil ich da erste Platz seh. Bis... Bis... Na klar, hat's... Dich haben sie abends ja stehen lassen, oder was, ey? Na, mich haben sie ja sicher im einen reingekracht. Dann war mein Frontflüger rot und dann hat sie durch den Batschen noch mal gedreht. Ja, und dann bin ich gewandklatscht und war ein reifer Foot. Ja, 10. ist der. Ja, und die Kurven gehen mit neuen Autos voll. Und jetzt so schleichen, wie du die jetzt da grad nimmst. Ja, und da hab ich gebremst, aber wirklich voll runter. Mit der, boah scheiße, ja. Ja. Ja, so nehm ich die auch. Aber nur mit neuen Autos. Ja, und genau da, ja, auf das Braune bin... Auf das Braune... Auf das Braune bin ich gekommen. Da da ran... Ja, dann hat sie mich ge... Ach scheiße, geht zu mir. Ja. Ja. Drück mal kurz, vielleicht nicht auf weiter, weil, 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 wenn du alleine fährst, kannst du, kannst, kannst du wiederholen und glotzen. Wir drücken ja in die Lobby nicht, ich, 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 ich glotze mal gleich. Dann kannst du vielleicht wie, die erste Runde da von, von mir an glotzen. Dann seh ich, wie es mich quickelt hat. Ja, das ist... Ich hab's noch wirklich gewickelt, denn die sind gedreht. Ja, da... Rennleiter muss sein. Nein, das Rangliste. Scheiße, dann geht es das nur, wenn man alleine spielt. Egal. Dann fangen wir einfach zu Oman. Ja, wenn es sich so ausmacht, dann fangen wir einfach an. Ja, okay, fast schon. Waren wir schon fluten?